Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch-fröhlichen Runde Tra-Trail in Terrorist Town Ne nochmal, das geht so nicht Die Einleitung fand ich jetzt echt scheiße Können wir nochmal neu anfangen? Nein, mach weiter Mann, ooo, ich wollte gar nicht einleiten Du bist aber noch dabei Du solltest die Namen vorlesen, bevor einer stirbt Ja! Oh nein, Krebs, das geht nicht gleich Mit Raps, mit Grants, mit Sachsen Let's Player, mit Vita Wolf, mit Sinners Sinners, Sykes Von den Combo hinten User in your channel, time to out Oh, disconnect Vita könnte es sein Wer war nochmal der zweite, der mitmacht? Und halt macht das Scoreboard einfach auf, es sind viele Leute dabei Einer hat uns verlassen Wer schießt denn hier? Der Schwächste fliegt übrigens, in der letzten Runde waren wir elf, beziehungsweise zehn So wer am wenigsten kam, einer in der nächsten Runde hat, fliegt raus Deswegen ist der Sinners auch raus Alter Sinner hat den Sachsen grad getötet War einfach zum schlecht, letzte Runde, deswegen wurde er gekickt Ja Ich hab grad Dings getötet, Sinner, weil er den Sachsen getötet hat Ich komm vorne Halt, stop, Krebs Hallo Es sind zwei Inus draufgegangen, Dardoch hat zwei Inus gekillt Und den Detektiv Ich hab nur Sinner getötet, Sinner hat Sachsen getötet Leute, wenn ich tot bin, ist es Dardoch wieder, du musst hier bleiben Er hat die beiden Inus umgebracht Nein, hab ich nicht Edmoni, sag wieso bist du verwundet Ich hab Sinner nur getötet Ich mach DINR Dingsbuch Ja, weil gerade geschossen wurde da oben Den Sachsen hat er getötet Von dem einen Trailer getötet Wir haben er den einfach abgebaut Ohne ihn konfirm zu lassen Du hältst deinen Kopf in den Zaum Alter Ja, ich hab, ja ja, ich hab Dardoch auch im Blick Weil er hat eine bessere Waffe, ich hab nur eine Mac-10 Ja, ist kein Problem Und er zielt auf mich, er zielt jetzt auf dich Ich ziele nirgendwo hin Wer ist denn hier Das ist Kranz 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 zielt hier die ganze Zeit auf mich, würde ich noch mal sagen Scouts Nein, Kranz zielt hier die ganze Zeit Ok Ich guck mir das nur an, was da passiert Es können so viele sein, lass mich durch, man Ich, ich bin es Wie kann ich mal diesen dna Scanner eigentlich machen Ich glaube, es ist Mac-Money Sack Wow, 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 wow hatten gerade geschossen hat geschossen oder nein links ist tot hier wieder ich weiß da du warst das ist mies dadurch ist auf jeden fall einer und man ist einer man die sagt ihr seid ja alle nur noch traiter jetzt weiß die wand an wieso hat das ist jetzt blöd ja hier ist auch für eine sackgasse ist das problem ja ich muss ja auch erst mal hoch moment ich habe mal ein radar ja nichts da ist einer hinter dir werde ich töten weil er dich aber ich habe keine moni mehr wo bist du da darf ich da nicht so kann man hier nicht über noch hier die man kann ja auch nicht vernünftig um springen ohne scheiß das war nicht lustig wurde in der einleitung abgeknallt und zwei namen ich wusste das krebs einer ist natürlich wusste ich das aber ich habe dann nein krebs stand mit der snipe ein dem gleiche so glücker umgedreht hatte und ihnen da gesehen ach ok weil du standst ja auch ganz vorne mit der snipe und auf einmal war der detektiv weggegangen weil krebs halt hinter mir war und dardosch vor mir stand und ich mache dann den leichen rüber ich denke alles klar daluka zielt auf dardosch und ich stehe da ganz allein da dachte ich mir ja machen wir das aber krebs darf man ja auch nicht erschießen also sonst ja die kacke am dampf der hassen mich jetzt auch für den klang weil die als täter in der die wenn man mich normaler schießt ist alles in ordnung ich wusste ja dass du bist toll ich vermisse ja ich hab da auch mal mit gerechnet aber auch wirklich damit alle keine wache hier ich bin detektiv und hab keine ich bin vom schnitt gefallen mann überbord mann überbord ich kann dir ne juli schenken ey hier kommen piranjas leute hier kommen piranjas wo bist du der detektiv kann auf c drücken kann sich ne waffe zum beispiel kaufen der ist längst über ja ja aber ich will jetzt nicht extra die pranz dabei alle mit darden ist gar nicht überbord hey was geht ab hän hat das radar und hat ihn nicht gefunden alle zieht auf uns äh aber hab ich dachte du wärst überbord gespungen ja ich liebe halt auch mal gerne ist ja nicht schlimm oder lalalalala ey hier hier muss doch hier mein klavier spielen warte ich mal, ich meine ja nebenbei mein klavier spielen tardoch singt warte ich geb den ach im b ah ist einer auf dem fassen ich muss nicht, ich hab 40 hp noch ich hab noch 40 hp Ey, ich wollte gerade meinen Solo gehen. Sachse gibt mir deine Waffe. Odin hat die ... Witta? Ja, sie war drunter gewesen. Da war irgendwie jemand, hat was geschmissen auf dich. Dadosh, wir beide müssen jetzt schon zusammenhalten. Auf jeden Fall. Ich bin auch noch hier. Ja, du bist weggegangen, weil du die Granate gesehen hast. Ich stand hier und habe euch zu geschaut, ey. Wir sind am Arsch. Ich wollte grad den Beat geben ... Ddeddedan- essigkeitabelContool sagt, den-den-den-den. Wer, ich wollte spielen, habe ich gegen ihn, wir sind alle. Dadesh, warum bist du verletzten? Weil ich von einer Bombe erwischt war? Wir bra помощью Detektives. Aber ich habe den heiligen Granatesound gar nicht gehört. Cenex heilt uns mal bitte. Alter, kannst du auch willen auf mich zu zielen? Cenex, kannst du uns bitte heilen? Wer denn? Darß die Sealing Station. Oh ja, da wird eine Schossaiff. Sinner, Sinner, Sinner soat, Sinner soat. würde Leute, Granz? Granz hat noch auf uns gezieht! Wer? Granz hat noch auf uns gezielt danach. runtergeguckt. Nein, nein, nein. Oh, the traitor. Hier sind sie alle, ey. Grants? Grants ist immer noch verdächtig, Darosch. Ja, da ist er. Grants steht auf mich die ganze Zeit. Hier streibt jemand. Mega laut. Das bin ich nicht. Ich bin es nicht. Der Name der Toten. Leute, lasst ihr weg, 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 weg. Guck, wer alles im Raum ist. Sag mir die Namen von den Leuten, die im Raum sind. Vita Xenex, Grants war noch gerade hier. Anne. Ich stehe hier. Anne ist es. Ja, okay. Nein, ich bin es überhaupt nicht. Wer kam dir entgegen? Wer kam dir entgegen? Xenex. Ich bin doch die ganze Zeit hier drin im Raum. What the fuck. Minus eins. War Xenex noch in dem Raum drinnen? Ja. Als ihr gerade die Namen aufgezählt habt? Ja, ich war noch drinnen. Hey, hey, hey. Ich bin Detective. Er ist Detective. Ah, das kann ich ja nicht an. Wer hat denn gerade... Ihr Schweine. Der zweite Traitor war es. Ich hab noch den nächsten Namen gesagt. Der wird eingefallen. Wer war denn jetzt die Jallerbombe? Ich war die Jallerbombe. Du musst auch jallern, Grants. Ja, das war Grants. Du musst auch jallern. Warum? Weil den Sound nicht jeder hört. Ach so, okay. Also ich hab ihn gehört. Aber ich hab ihn sehr leise gehört. Nicht jeder hört. Ja, wer macht das denn? Wo ist die Diegel? Ja, Arno, das war dumm gelaufen. Du bist nämlich aus der Tür raus links gegangen. Und dann bist du halt nicht über die Wand gesprungen. Nee, ich wusste doch nicht. Das war eine Sackgasse. Das war das Problem. Ich hab halt die falsche Tür genommen. Ich dachte eher so. Ich kann ja gar nicht zoomen, die Wumme. Peter Wolff, komm wir spielen. Du stößt an. Wenn du schon so rumalberst. Dann hab ich schon... Du musst dir Backup geben. Du bist Detective. Detective Backup. Alter, lass mal den Dings funktionieren. Lass mal ne Discompulator draufwerfen. Die Map ist ziemlich geil gemacht, finde ich. Ich hab gar keine Granaten bis jetzt gefunden. Hier ist Vogelscheiß auf dem Deck. Wer ist da? Crabs? Ich will nicht mit euch allen Billiards schmissen. Zwei-Spieler-Spiel. Geht weg. Hier wird geschossen. Farmers und Diegel. Leute, ich hab hier noch ne anderes Billiards. Was hast du denn? Was hast du denn Angebot? Ich möchte ein... Warte, ich kanns nicht lesen. Äh... Old Gold! Ich will ein Old Gold! Peter, mach mal einen. Old Gold! Ja, Old Gold! Ich bin's immer noch. Dalu ist immer noch bei mir und ihr lasst mich allein mit ihm Hilfe. Vita ist die Tänke. Der Drink war scheiße! Genauso stelle ich mir das vor bei dir. Wer verfolgt mich denn hier? Aber ich glaube irgendeiner wurde schon erschossen. Ist da nix? Dalu. Ich bin tot. Alles klar. Grenz ist tot. Wer war's? Dados war's. Dados ist Trader. Die Geister haben's gesagt. Oh, ein Swimming Pool! Geil! Hier sind beide Detectives. Und Xanax rennt den beiden Detectives hinterher. Ja, weil ich da hoffentlich Sicherheit habe. Ja, natürlich. Aua, 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 ich verliere im Swimming Pool. Ich sterbe gleich, ich sterbe gleich, weil ich so dumm bin. Ja, die sichere Tod maximal. Oh, ich hab überlebt. Weil alle selber Traitor ist und deswegen den Knopf natürlich nicht drückt. Was ist denn das für... Wieso hab ich Schaden bekommen? Ich seh deine Waffe durch die Tür, du Arsch. Ich hab Angst vor euch. Hier wird geschossen, wieder ne Farmers. Ist das normal, dass ich Schaden bekomme? Ist das wirklich cool? Ja, wenn der Strom an ist, ja. Den, der den Traitor anmachen kann. Lauf! Wo macht er den an? Ging hier grad ne Bombe hoch? Ja. Da schießt die Bombe. Ja, da schießt die Bombe. Ja, da schießt man eine Mac oder sowas. Hier wurde geschossen. Da draußen hat jemand geschossen dadurch. Mit der Mac-Ten wurde übrigens grad auf dem Detective geschossen. Und wer war im Leben noch? Ja, ich konnte ihn nicht lesen. Ich musste schnell um die Ecke. In dem Magnum war's. Aber ich würde sagen, Mac-Magnus hier. Ja, du hast als einziger den Mac-Ten. Und dazu doch dein Name. Ja, aber mit einer Mac-Ten, Leute. Das ist eine Mac-Ten. Ja, und ich bin auf 60 runter. Hier! Was heißt denn hier, Grants? 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 Du Shotgun gehörn? Hier wurde doch grad geschossen. Ja, aber du wurdest nicht getroffen. Da brauchst du nicht so... Ja, hab ich doch nicht gesagt. Ja, ja, klar. Wieder, wieder. Ich glaub, Crabz ist wieder. Ja, wann hab ich ihm gesagt, dass ich getroffen wurde? Ja, du stockst immer so schön gerne. Ja, ja. Bis Xenix wieder tot ist, weil er auf mich immer schießt. Ich bin's nicht. Da wurde schon... Diegel. Farmer. Eskalation. Das ist wieder das gleiche. Xenix steht hier noch. Xenix steht hier noch. Auf wen schießt du doch? Hier bei mir. Ich schieß'n. Dalo! Hä? Detektiv, warum schießt du auf mich? Weil du auf den anderen geschossen hast. Du bist der einzige, der hier ist. Dalo war Trailer, ja. Nice. Der andere Detektiv ist fast tot. Vorsicht. Man liegt in der Heel Station. Dann halt dich mal, Daxen. Wo ist die? Wo ist die? Der ist noch 15 HP. Alter! Wer, 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 wer? Wow. Das war das? Das war das. 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 Der hat was geschmissen. Der wäre ein Trailer. Wir müssen, wir müssen die Leiche vom Daloopatieren. Wir müssen die Helix Station. Wir müssen die Helix Station. Hier, nimm mal das C4 mit. Äh, du. Die, weißt du los? Sagst du, sagst du, sagst du? Das C4? Stardust und Craps wollen mich gemeinsam ermorden. Was? Es gibt doch noch ein Trailer, oder? Sagst du, hinter dir das C4, du bist mal bitte mit. Es ist nur einer tot. Es sind auch zwei Trailer. Craps will mich alleine ermorden. Boah, komm schon. Das liegt hier unten hinter dir. Du bist halt tot, also. Niergends darfst du hingehen. Da. Hier. Der Craps steht hier oben mit dem Sniper. Der Zigaretten automatisch kaputt. Und sich ziele auf das Meer. Böses Meer. Kann man das Mietkind denn aufnehmen? Gar nichts? Das war ein innocenter Meer. Ich kann das sagen. Außen gehen. So als Mietkind. Der nächste ist hier bei mir. Ja, Mac. Vorsicht hinter dir, Alter. Ja, alles gut. Wer ist das? Wer ist das? Nein. Danke voll. Alles gut. Ich lauf dir hinterher. Uhuhuhu. Craps tötet mich. Er wird mich töten. Ich weiß es genau, weil er jetzt abwartet, bis er nicht mehr dran denkt. Und dann wird er mit ne Kugel in den Kopf. Er steht ja nur Schutz. Was mach ich? Ja, ich hab gesehen, dass du auf mich schreitest. Ich hab nicht geschossen. Lass doch mit. Ja! Wo, 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 wo. Anne lebst du noch? Ja, okay. Craps ist es. Nein, bin ich nicht, Alter. Magnus, äh, hier. MC war bei uns. Oh, sorry. Weißt du los hier? Wenn Anne tot ist, dann muss es Craps sein. Ich bin es aber nicht. Es sind doch noch viel mehr am Leben. Nein, sind es nicht. Ach, Xenex noch. Ja. Er will nur nicht sterben. Ich hab Dalu getötet. Craps. Einfach nur hinlegen und es geschehen lassen. Keine Prost mit Himmel. Weißt du, was machst du da hinten, Craps? Noch gar nichts. Ja, ja. Der sucht sich dein nächstes Opfer aus. Ich hab Angst jetzt vor euch, weil ihr mich alle umbringen wollt. Wo ist denn bitte die Leiche von Dalu? Oh, shit, ey. Oh Mist. Also es könnte sein, Xenex oder Craps. Ich hab Dalu umgebracht und hab 64 damit genommen. Und Anne ist aber die ganze Zeit Craps hinterher gelaufen. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Wow. Okay. Anne ist Enno. Bah, Enno. Okay, da hast du dich blöd gelaufen. Weil ich war das nicht. Die kriegten Punkte als die... Ah, Saksen. Ah, Saksen. Er ist immer noch hier. Er ist... Der verfolgt die Ex-Zeit. Ich hab das mit Ex-Zeit. Ich hab das mit Ex-Zeit. Ich hab das mit Ex-Zeit auf mich. Ich hab jetzt... Ich hab das Stahlwischen umgebracht als Traitor. Achso, okay. Weil der auf den Detektiv geschossen hatte. Saksen, lass zusammenbleiben. Dann... Ich folge dir. Ja, fuck du mir. Hier ist Anne. Wer ist da drüben? Wer lebt noch? Check. Mac, Mac ist noch bei mir. Wer lebt noch? Wer lebt denn noch? Vita Wolf. Meinen, das lebst du noch? Ich leb noch, ja, ja. Den hab ich in Verdacht. Ich mein, der hat mich eh mit der Mac mischt. Ja, Mac ist auch die ganze Zeit bei mir. Da hab ich Angst. Nein? Ja doch, schiebst du noch? Doch, du bist die ganze Zeit bei mir. Du bist die ganze Zeit. Geh doch woanders hin. Jemand schießt mit dem Slipa. Vita, bitte? Jemand schießt mit dem Slipa. Du lebst noch? Ich lebe. Äh, wo ist denn Saks denn hier schon wieder hin? Saks, du bist weggerannt. Ja, ne, ich suche mich schon. Du bist leider in mir entglitten. Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Wer hat denn da wen getötet gerade? Ich trage es nicht. Ich komme da hinten raus. Nein, ich kann nicht. Anderer Detektiv halt mal Mac fest, weil ich meine da oben, hier würde jetzt entweder Blut oder eine Leiche liegen. Da liegt eine Leiche. Das war definitiv eine Shotgun. Hier. Nicht identifiziert mit Shotgun getötet. Ja, das war eine Shotgun. Ich habe noch eine Diegel. Ich habe hier gerade irgendwie eine Schnippa gehört. Was ist eine Schlippa? Was ist eine Schlippa? Und Krebs ist da noch. Krebs ist da. In der Mitte. Dann schieß es denn her. Ich will das auch können. Ich habe doch gerade hier irgendjemand noch Schnippa gehört mit der Kleinen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nix. Hier liegt da nur rum. Krebs ist hier bei mir. Ja, wo? Wo? Was ist Krebs? Du Arsch. Ich habe doch gesagt. Sag mal, sagst du. Ja, aber ich habe doch gerade noch zwei Leute abgeknallt vorher. Ja. Aber das ist nachher von fünf Sekunden, oder? Ich dachte, die Zeit, wenn ich jemand töte, die Zeit resettet sich. Hast du die unten links im Blick nicht gehabt? Ne, wir wetten nicht. Du kriegst plus 30 Sekunden. Der Schnüber. Dann schlüpft der mir einfach. Der Schnüber, ey. Der Schnüber, ey. Der Schnüber, ey. Der Schnüber, ey. Ich habe einen Schnüber gehört. Wieso war der schon wieder so random gekillt von Sinner? Ohne Winz, ey. Ab zehn Leute kann ich nur noch mit Shotgun spielen. Meine Schüsse kommen voll spät erst an. Oder gar nicht. So, ich schieß auf den Detective und nichts passiert. Und dann muss ich nur hundertmal hinterher schießen. Ja, ich wusste leider nicht, wo du liegst. Ja, jetzt behaupte der Schnüber, ich hätte ihn mit der Rennung gekillt. Obwohl er gerade derzeit einmal den Kopf gesetzt hat. Ja, aber er war doch Inno. Du hast doch einen Inno gekillt. Ich habe noch nicht mal an dich geschossen. Du hast mich gleich am Anfang abgeschossen einfach. Irgendwer eskaliert hier direkt am Anfang. So geht's ja nicht, Jungs. Einschätzungsleder. Aber sagst du, was war denn das gerade? Guck mal bitte auf Mac, ich glaube, der ist es. Ich gehe mit kurzem Pfosten und du läufst da weiter rum und guckst. Und dann hat da einer geschossen. Wenn es Sinner ist, dann ist es. Äh. Deswegen, ich dachte schon die ganze Zeit, Sinner ist es. Crabson 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 ist es. Ich habe einen. Wie Inno. Der doch gerade. Ja, es ist Crabs. Vita hat hier einen Inno erschossen. Ja, und danach habe ich den Traitor erschossen. Aber der hat doch hier Dings erschossen. Ich bin hinter dadurch. Mac hat doch gerade Sinner erschossen. Crabs war schon wieder Traitor? Und dann kam Crabs. Ach, Entschuldigung. Dann war Crabs stand dann auch noch irgendwo rum. Och. Na ja, gut. Vita, hast du Crabs erschossen? Ich habe Crabs gerade erschossen, ja. Aber erst habe ich hier den Inno erschossen. Hast du wieder einen random kill Vita? So kennt man dich ja. Ey, da. Wirklich. Es ist unverschämt. Vita ist ja so ein random killer, ne? Muss man ja auch mal dran denken. Dadurch noch? Okay. Also bleibt mal hier. Ich habe die Leiche vom Traitor. Das seid ihr, ne? Ja. Ja. Ich verstecke sie hier. Nur ich und ihr wisst, wo die ist. Und ich leg noch einen Fake drauf. Fake. So. Du legst noch eine Fake-Leiche von dir selbst drauf, oder was? Ja. Ich leg noch einen drauf. Ja, ja. Kann man da drauf spielen? Jetzt habe ich alle Toten. Hier. Jetzt habe ich mich tot verlaufen. Ja. Fällt es auch gar nicht mehr auf, wenn das zigtausend Toter sind. Könnte es bloß sein. Vita-Wolf ist wo? Warte mal kurz. Ich will das hier anschließen. Komm mal her. Okay, passiert nichts. Da ist doch eine Gasflasche. Wer lebt denn noch? Also ich lebe noch. Also ich lebe noch. Noch. Anne. Aber Vita-Wolf bist verdächtig. Da ist einer. Nee, ich habe gerade den Krabs doch auch geschossen. Mhm. Warum eigentlich? Weil er auf mich geschossen hat. Guck mal auf meine HP. Okay, das ist ein paar Moment. Ich vertrau Vita-Wolf. Ja, das klingt lustig. Ja, nee. Ich wollte nur wissen, wir hören uns einfach Captain Willkürer. Hier ist jetzt ziemlich viel... Ja, es ist gerade am Anfang. Das muss ich wahrscheinlich gleich mal erklären, weil es echt scheiße eskaliert ist. Doch, Willkür ich war. Wo sind eigentlich alle Leichen hin? Geht dich gar nicht. Woher willst du wissen? Die hat Dalu gegessen. Geht dich gar nicht an. Dadurch, er ist hinter dir und hat eine... Vorsicht. Was ist da los? Dadurch. Okay. Geht es ja wieder zum Start? Wer ist denn jetzt... Ich dachte jetzt echt und du hast unter die Leichen eine Bombe gelegt. Das wäre jetzt so awesome gewesen. Anne ist Trader, Leute. Was? Ja. Warum ich? Weil es unten links steht bei dir. Diesen Grund erkenne ich an. Ja, ich bin dafür. Besser. Eine beim Traitor-Menü. Ja. Auch das. Wo ist denn Anne? An dem Traitor-Menü, ja. Das Schiff fährt ja sogar. Wie krass ist das denn? Da ist es rumgehockt. Ja, es fährt. Wer fährt es? Wer fährt es? Der Kapitän. Eine Leiche ist weg. Detektives. Ich sag doch eben, wo sind die Leichen und du sagst, geh ich nicht. Nein, die sind doch alle da. Ich seh nur zwei. Krabs, Magnus. So. Oh, die sind so via Siamese. Da ist eine Bombe. Da ist eine Bombe. Grants ist gerade hergekommen, wo die Bombe explodiert. Ist das ein Zufall, Krabs? Äh, Grants? Krabs sei jetzt schon zu dir. Oh, hier ist ja vorgegeben worden mit dem Pool. Ja, eine Bombe legen und Krabs ist schon tot, das ist sehr Grants-wertig. Das ist Grants, ja. Das ist Grants. Dann hab ich ihm die letzte Bombe gelegt. Gerade. Die ganze Zeit weg. Aber sonst machen das wohl... Hä, ich bin eben von Anbieter-Wolf und Xtel ist frei. Äh, Anne ist übrigens Traitor, ne? Die hat auf mich geschossen mit ihrer Scouten verfehlt. Ich hab überhaupt nicht auf dich geschossen. Und auf was hast du dann geschossen? Wenn ich gleich tot bin, Leute. Wenn ich gleich tot bin, hab ich eine Kugel drauf. Ich hab Karl auch gar nicht geschossen. Anne? Ja, bitte. Geh mal zum Detektiv. Geh mal, Detektiv, wir sind gerade in dem Musikraum. Oh, hier wird auf mich geschossen. Wer denn? Mit Schrotzbüter. Schön weiterlaufen, Anne. Ja, gib ihm die Waffe. Was ist denn mit mir? Nee, irgendjemand hat mich mit Schrotzbüter von sich geschossen. Aber Anne ist doch der andere. Wo seid ihr denn? Nee, Grants. Grants, 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 Grants. Schmeißt du... Was machst du hier? Achtung, Grants hat das Schrotzbüter gehabt. Ja, ja, klar. Dalle und Anne sind bei mir. Hier. Ja, Anne hat auf jeden Fall mit der Scout geschossen. Ich hab jemand mit der McTen getötet. Ja, Grants ist es... Anne hat dich mit der Scout geschossen. Habt ihr gehört? Ihr dürft Grants töten. Ihr sollt Grants töten. Du dürft Grants töten? Ja, ihr sollt ihn töten. Grants K.O.S. Nee, nicht K.O.S. Grants töten, weil Detective... Halt, Aua! Ey, du hast doch zugeben. Anne, warum schießt... Er ist korrekt, ja. Anne ist die Zweite. Ja, Anne ist die... Nein, Dardosh ist es Dardosh. Oh, ich bringe... Ja, Dardosh ist es klar. Dardosh ist es klar. Klar ist es Dardosh. Dardosh, du bist es. Gib's doch zu. Ja, ich bin Detective Traitor. Ja, eben. Wieso lebst du denn überhaupt noch? Ich bin gerade da. Vor 14 Radar. Ich hab Craps wiederbelebt übrigens. Dardosh, bist du tot? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Anne, hinter dir! Scheiße. Jawoll, Dardosh. Hahahaha, Dardosh. Ich hab's zu spät gesehen. Gott, wie geil! Aber Dardosh, deine... Ich wollte gerade ein Radar kaufen und hab da gesehen. Ich hab nicht genug Geld und dann war ich zu. Das ist ein richtig Hardcore-Logik-Fehler. Wenn Grants eine Bombe gelegt hat, wieso sollte er genau in die Menge rein rennen? Nein, er ist doch zu uns gekommen. Die Bombe ist an einem anderen Ende des Schiffs doch explodiert. Ja, weil du meintest, Grants hat eine Bombe gelegt. Und ist dann wiedergekommen. Dann ist er zu uns gekommen, hab ich gesagt. Ja, warum? Vor allem, ich war da schon ganz oft an euch vorbei geraten, dass ich mich nur nie gesehen habe. Ja, das war mir im Endeffekt auch scheißegal. Also, ich hab ja einfach nur irgendjemanden gesucht. Ey! Ich hab gar keine Waffe gesehen, genauso wie du. Das ist gut zu wissen. Die M3 ist eigentlich... Oh mein Gott, hier sind noch mehr ohne Waffe. Au! Wir haben aber eine Waffe. Ich bin Detektor! Das ist jetzt irgendwie lustig. Weißt du? Okay, Dalu. Okay, ich bleib bei Dalu. Nee, nee. Ich bin übrigens wieder Detektor. Spider-Man. Mann, Dalu. Das wird mir noch nicht angezeigt. Wie das schießt auf dich. Hallo, Dalu ist Detektor Traitor. Wenn du nicht gleich ein Brecheisen im Rücken habt. Eins? Mann, was geht mit deiner Waffe? Niemals. Ich bin Detektiv. Darf ich dich einmal hauen? Ja, die Regel solltest du vielleicht bei Neuen auch nochmal neu erklären, dass der Detektiv auch diese Befehlsgewalt ein bisschen in den Tod hat. Wirklich jetzt? Ja. Wenn der Detektiv was sagt und du sagst, nö mach ich nicht, dann kann er dich auch einfach abknallen oder frei zum Abschluss gehen. Hab Dardos bei mir? Ja, ich bin da. Ich geh auf den Aussichtsturm. Hallo. Hallo. Oh. Die ist aber scheiße. Die Map hat unsichtbare Decken. Das ist echt kacke. Der Grappling Hook ist nicht gut. Ja, und Dardos sind hier. Alle sind gleich weisammen hier. Sinner Ziel. Okay. Craps. Ich dachte gleich, naja, 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 naja. Was machst du da, Sachse? Der defekte Traitor hier rum. Sind alle Waffen hier schon weg? Craps hinter dir. Hallo, finde endlich mal die Terror-Ors. Als Traitor kannst du dir eine kaufen, das ist kein Problem. Achso, ja prima. Ich hab Dardos sinkt hier rum. Und dadurch, dass ich mich hier um den Mast drehe und die Schallwellen raustrage. Also bist du ein Bone Dancer geworden. Ja, und die prallen bei den Trainern wieder ab. Und dann weiß ich, wer das ist. Na, na, na. Ah. Mir fehlt hier. Anne ist Traitor. Die versucht uns mit dem Gesang zu töten. Ich bin Detektiv, ein Sack. Craps willst du mir den Beat geben? Ich hab keine Pistole mehr. Ich hab keine Pistole. Da kommt noch jemand. Da, du Cut. Na, na, na. Wir sind Schiffsband. Ich hab McManus in Verlust. Ja, McManus zielt auch auf mich mit der Pumpe. Zielt auf mich. Ja. Da, da, da. Ich bin nur schon an dir vorbeigerannt. Was machst du da? Da, 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 da. Was machst du da? Dax's Netzplay ist hier. Er wollte unsere kleine Party stören. Ja, ja. Der Gesang der ist unerträglich. Töte ihn. Sehr gut. Widerwolf kommt schon wieder. 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 Da ist jemand gestorben. Keiner bewegt sich. Oh. Da wird wieder geschossen. Ich muss aufs Klo, darf nicht bewegen. Ich hab Dardoschke erschossen. Komm, geh mal. Dardoschke ist ein Terrorist. Wie geht es? Und Dardoschke hat auch eine Gelegenheit mich zu töten. Der ist Inno. Wieso? Was ist da und ganz viel? Ja vielleicht gibt es hier Waffen. Wieso bin ich jetzt. Der Gens, der Kruxung ist gefährlich. Ich bin so ein Leichenflederer weißt, ich hab nur gehört, dass es einer tot ist, also gibt es nicht da gewesen wäre. Wer ist das, Nelson? Der Vita rett mir hinterher. Wir wollen nur wissen, wer da unten rumsteht und gammelt. Keine Angst, ich beschütze dich. Ne! Ach du, du wirst Detektiv, okay. Ich will die Leiche von da durchstehen, ansonsten erschieße ich Granz. Granz ist Traitor, Leute. Nein, ich hab ihn noch hier draußen gepackt. Wo? Hier beim Pool. Wieder seiner! Nein? Doch. Nein? Aber pass auf, geh vor. Erschossen. Links, geh einfach links. Hier hinten wurde ich, glaube ich, erschossen. Du wolltest ihn wiederbeleben. Hättest ihn ja trotzdem noch wiederbeleben können. Hättest ihn ja einfach über Bord werfen können. Ja, wollte ich doch, aber dann hast du ja geschrien. Wie komm ich denn hier wieder raus? Mit Alt-F4. Es sind noch vier Leute. Nicht ganz viel Blut. Und zwei von den Vieren sind Traitor. Mec Manus läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ich hab ihn schon ein bisschen im Verdacht. Nein, 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 nein. Okay. Ich hätt' dich ja die ganze Zeit... Ich hätt' dich die ganze Zeit schon abschießen können. Ich zähle die Detectives nicht mit. Es leben noch vier in uns. Achso, okay. Hier ist Mec, Isaac und Anne. Ja, aber... Granz ist hier bei uns. Wieso wieder? Ich war noch nie bei euch. Granz? Das war Krebs vorhin, glaub ich. Weißt du, Granz? Granz? Granz Stefani ist es. Granz Stefani? PENG! Hei, 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 hei! Hey, soll ich die schauen? Wie viel sind wir jetzt eigentlich? Hey, hey! Alter Schwede! Alter Schwede! Sind alle tot! Ich hab nur noch 67! Oh Gott, ich muss den nächsten Ping abwarten. Hallo? Ich hab ne Geistertür gefunden. Oh Gott! Leute, das ist voll gruselig hier. Oh, es ist vorbei. Hier bist du, komm! Ja, wohin denn und warum? Hier sind Leute tot. Hast du Leute? Durchsuch sie mal bitte. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Krebs war's. Oh Gott, die Bombe. Ich hab so gehofft, dass die... Die war auch so gut, ey. Oh Mann, mich hat's voll erledigt. Ja, mich auch. Ja, mich auch. Ja, ich dachte mir, fuck, da steht noch ein Kollege. Und wo ist jetzt der Kollegen? Scheiße. Du wolltest ihn wiederbeleben, oder? Ja. Ja, ich hab's aber gewusst. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Schade eigentlich. Hast du ihn dann eigentlich weggeschmissen? Ja, ich hab ihn über Bord geschmissen. Ja, okay, gut. Hab ich mir dann nicht geklappt deswegen. Ah, wenn Daniel nicht gekommen wäre, hätte ich Krebsen als meinen Gesangskollegen erstmal hingerichtet. Aber leider hat das nicht so geklappt. Wenn ich Detektiv bin, sieht es zwar so aus, als wenn ich nix mache, aber... Jetzt von geträumt. Ich hab einfach den Überblick. Ja, hab ich. Das heißt, nur die Mac-10, obwohl damit hab ich vorher auch jemanden getötet. Aber wie sieht denn eigentlich mal Karma aus? Ach so, deswegen war das kein One-Hit wahrscheinlich. Sachsen-Lets-Trader. Ich bin Innocent. Das wäre ein Name gewesen, jetzt muss ich noch sichern sein. Will noch jemand mit mir singen? Halt! Stopp! Dadurch singt er schon wieder. Halt! Stopp! Jetzt schieß ich! Alle ist wieder Trader. Nur die Mac-10 ist das Problem. Deine Mutter ist Trader. Wie, das sieht weiter? Ich möchte dabei singen. So, mal ordentliche Waffe. Hilfe! Wer ist das? Über das Sternenfeld und die Große. Bitte, jawohl. Können wir einen Karma wieder haben. Dann können wir die Träte aus. Zählst die ganze Zeit auf mich. Nee, da oben an das Lenkrad hab ich gezielt. Ah! Draußen ist schon einer gestorben. Ach, anders Lenkrad, ja? Ja, warum? Wer ist hier bei mir? Wer ist hier? Wer ist das? Ich? Nicht in meinem Weg stehen. Hallo Leute, wir haben schon einen Toten und warum sagt keiner was? Weil es ist dadurch. Draußen wurde einer ein Gut Farmers. Weil ich ihn noch nie gesehen habe. Rantz ist bei mir. Wenn ich tot bin, ist Grantz. Die ganze Zeit doch schon bei dir. Hier kann man nicht spülen, die Spülung auf der Toilette ist kaputt. Ich will eine Heilige hier rein werden. Was? Nee, das... Oder? Jetzt hab ich Angst. Wow, was war das? Nein, okay, das war ein Disco. Oder was? Keine Ahnung, ich bin irgendwie durch die Gegend geschmissen worden. Alter! Hier, jemand will meinen Laden überfallen. Okay. Oh, ein Klavier. Xenex ist bei mir. Ja. Hier, nehmen sie... Er hat irgendwas in der Hand. Nehmen sie meine Karte. Ich kann die Karte nicht ausnehmen. Sieht aus wie ein Gimmiedildo. Nee, ich hab nicht... Ach, Krebs. Das... Das ist was Krebs herdings ist. Das ist mein Dissu Shop. Ich hab die Shotgun gefunden. Das ist peinlich, dass Dalu mich heimlich beim Singen erwischt hat. Wieso gibt's nur eine Shotgun hier? Wo ist die Leiche? Blöde Typ. Wer ist das denn? Wo ist die Leiche? Ist grad einer geschossen und... Woa! Der ist umgefallen. Gaaat! Die Türen gehen über mein Gesicht auf. Wer ist denn der zweite Detektor? Meine Dissu Shop, geh raus hier. Ah, da ist jede noch drei Dissu nabzuhauen. Oh, hinter mir wird geschossen. Okay, ist das Xenex? Was? Xenex? Das war ein schneller Mute. Xenex? Ist das ein Spiel oder das ist wirklich so? Was ist Xenex? Ich bin hier unten. Also Xenex frei zum Abschluss, ja? Hört sich so an. Nur wenn Grenz noch leben soll. Wenn Grenz tot ist. Ja, wenn er tot ist. Ah, Grenz kann man noch vertrauen. Ich find immer keine Pistolen. Hat er schon mal sich gemutet, wenn er gefakt hat? Ja, hat er schon öfter. Du kannst Grenz überhaupt nicht vertrauen. Das ist genauso wie Dallon. Ja, er hat das auf der Dallon gespielt. Ja. Such einer jetzt die Leiche, dann knall ich Xenex ab. Weiß jemand wo das war? Da! Die Grenze gefunden. Die Grenze auf Tod. Ich hab Xenex gekillt. Er war Traitor. Okay. Ich hab einen Traitor gekillt. Hast schön gemacht. Nice Dallon. WP. Crabs, du bist der einzige, dem ich trauen kann. Wo bist du? Das sag ich lieber nicht. Oh shit. Vertrau doch mir. Dann such mich wenigstens. Er war gerade in dieser Kabine in der Mitte. Ich seh Crabs. Ich bin bei Crabs. Nein! Hilfe! Crabs ist der König der Welt. Was sind das für komische... Verlauf mich die ganze Zeit auf die Schafe. Dardosch ist bei mir. Dardosch ist bei mir. Alter, was? Peng! Peng! Die Sperr... Anne sperrt mich auch noch mit ein. Alter, was geht mit euch ab? Guck'n Kuscheln! Nein! Wo bist du? Da, äh... Ist nicht der. Am Bug. Ne, am Heck. Und alle retten mir nach. Ja, ich will bei Crabs. Die mag deinen Hintern. Ich leggele nach Louvre. Die will mich umbringen, denke ich. Crabs, wo? Nein, ich will bei dir bleiben, weil ich weiß, dass du unschuldig bist. Ich habe einen Waffenraum gefunden. Und ich komm' mir nicht weg, ihr hält mich fest. Ich komm' mir nicht weg. Ich komm' mir nicht mehr weg. Ja, genau. Und da kommt die Granate. Schön, Anne. Danke auch. Au! Warte, 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 warte. Dardosch ist es, Leute. Er hat eine Bombe in den Raum gelegt, wo ich gerade rauskam. Echt? Wecker Raum. Warte, ich muss ihn erst abfragen. Ihr stürmt einfach nicht. Was macht ihr da bitte? So, jetzt hole ich die Bombe. Confirmed in my event. Moment. Und Anne wollte mich einsperren, als Gott jemanden eine Granate geworfen hat. Anne, ich kann nicht lesen, dass du ihn confirmed hättest. Alter, was explodiert denn hier alles? Nee, hast du noch nicht. Ich drück mal auf E. Ach, confirmed das hier. Äh, wieso? Wer hat denn dich jetzt erschossen? Das ist doch ein Detective hier vor mir. Ups. Äh, okay. Dardos über uns tot, der hat die Bombe hochgehen lassen. Und da hinten ist nur noch Sinner. Lebt noch einer? Gibt es ein Radar? Oder ist es Sinner? Anne, ich hoffe, du verzeihst mir. Sag mal. Bleib du mal stehen und zieh mal nicht in meinen Richtung. Da oben ist einer. Wer ist der? Da ist Sinner. Er schießt. Er schießt doch wieder. Ja, ich hab doch, aber er ist ja weg. Ich bin ein schlechter Schütze. Okay, nur noch Sinner wahrscheinlich dann. Ja, ich sehe auch noch einen Punkt. Ja, dann ist es nur noch Sinner. Oh, ich hab nur noch 21 HP. Scheiße. Das Problem ist, er könnte sogar wiederbeleben. Irgendjemanden. Bestimmt. Weiß ich nicht. Oh Gott, Anne. Es tut mir so leid. Aber den da doof, ne? Den schmal nicht sofort. Da läuft wahrscheinlich den falschen. Falsche Kabel gezogen. Hä? Bist du dir sicher? Oder vielleicht war er es ja sogar und dann lebt er ja nicht. Ne, er ist ja in die Ecke gegangen, dann macht es bumm und ich hab ihn gerade confirmed. Als Inno. Der Sinner ist es. Und da hier von meinem Schiff, ey. Und ich glaube auch, er hat einen Teleporter. Jedenfalls ist er verdammt schnell von links nach rechts gekommen. Also ich verlaufe mich auf dem Schiff. Es leben wieder zwei Punkte. Es leben wieder... Ach. Ne, doch nicht. Die zweite. Ne, das bist ja du. Ups. Na guten Tag. Alter, ich kann sogar in Panik machen. Viel Zeit hast du noch. Sinnersche, wir wissen. Da ist er ja. Ist ja ein Ding. Weißt du was, wie ich verwirrt? Die Bombe, die er geworfen hat? Ah. Nein. Langweilig. Weißer doch. Na? Tat das weh? Das ist ja gar nix. Tat das weh? Nö. Weißer doch. Oder erbsen, Kristol oder... Aua, das tat weh. Ein bisschen. Ich glaub einfach weg. Wegen des Ziel triffste dich. Ey, Schnellfeuerwaffen sind unfair. Ist ja wie Cheaten. Machen wir einen Messerkampf? Machen wir einen Messerkampf? Komm her, Mann. Ich hab überhaupt nichts. Aua. Ich wollte nicht. Nein. Habt ihr jetzt alle Waffen durch? Nein. Schönsinner. Zwei Runden noch. Ähm, kann man den Draht bei der Bombe jetzt aussuchen oder ist es random? Sie haben letztens mal Rund genommen und da war es richtig. Ja, rot nehme ich eigentlich auch immer und ist sehr wahrscheinlich richtig. Aber jetzt war rot halt wieder falsch. Ich glaub, einer bringt was zum Explodieren. Ja, es kann wirklich sein, dass es ein Zufall ist und einer der Fall ist. Festgehalten, dass bis die Bombe kurz bevor die Bombe hochging. Ja, aber dann hab ich doch gerade den Traitor in den Infizieren. Die Bombe habe ich... Ich meine nicht die Bombe, sondern die Granate. Die Bombe habe ich frisch gesehen und dann hat er sich in die Menge geschummelt und er hätt's auch fast geschafft, ey. Ja, ja. So ein Scheiß, Alter. Jedes Mal, du kommst echt immer im Falschen. Ich hab dich gerade gesehen. Ich wollte schon vorher schießen. Da dachte ich mir, warte mal kurz, was du da noch gesagt. Da dachte ich mir, hä? Hat er mich jetzt entdeckt oder nicht? Ja, er hat dich entdeckt. Mir entgeht nichts. Hier beim Detektiv. Sinner ist extrem viel passiert. Dadurch ist es bei mir, wenn ich sterbe, ist er es. Detektiv, bist du gemutet? Anne, Anne und Rück bei mir. Ich glaube, Trader spawnen zu zweit. Und Sinner, da haben wir alle drei. Hier, ach, der Detective wieder. Da wurde geschossen. Der Boden ist, hä? Anne, du guckst so komisch. Der Boden ist lava. Guck mir die Bücher an. Bin interessiert an... Hier kommt noch jemand. Das hat Grems nur gesehen, weil er ein Radar gekauft hat. Oh, die Schuld aufs Klo. Sinner und Mech verfolgen mich. Dalu, was gehst du denn mit denen aufs Scheiße? Ich verfolge nur Mech. Ich komm nicht mehr raus, wenn ich tot, Mrs. Grems. Wenn ich tot, Mrs. Grems. Warte, warte, warte. Ich hab ne Discompulator-Rettung. Scheiße, ich hab nur ne Insti. Wenn du die... Ey, Sachsen, wenn ich sterbe, ne? Es ist Grems. Er will sie werfen. Sachsen, er will sie werfen. Okay, er ist wieder frei, so. Sachsen. Sack, nack, 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 nack. Warte, mach mal eh noch ruhigchen hier, Dicke. Pass auf, nicht mit Dalu gehen, Sachsen, man. Stardust traitort da rum. Welche Pump hat denn da gerade geballert? Meine nicht. War das ne Pump? Ja, wie ne Pistole. Da wurde gefasst wieder. Oh, hier ist die Diegel. Oh, hier ist die Diegel. Hier runter, hier runter. Kann das auch mal schlägen, dass man kann da nicht rein. Krabs hat mit der Pistole rum. Vertraue, Grant's nicht. Die Tür hier ist zu. Krabs ist bei mir. Sünder ist. Ja, ist echt mal gut jetzt hier. Ach, Sünder wieder auch mal. Da kommt der Grants mir entgegen und der Grants hat natürlich ne Pump. Hier wird die ganze Zeit ne Pump geballert und der Grants hat eine. Ja natürlich, wenn man im kurzen Fall wird ihn schnell töten kann. Eine? Oh Gott. Pass auf, hier ist Anne irgendeine Nähe. Ne, Sünder 6 ist da nicht die Nähe. Da wurde schon wieder geschossen. Ah, hier sind Schüsse bei mir. Sachse, pass auf, hier ist Anne. Krabs verschickt den Fuß. Anne war gerade bei mir im Waffenraum und ich hab nur noch 9 HP. Oh, Alter. Sünder 6. Sünder 6. Sünder 6. Sünder 6. Sünder 6. Sünder 6. Das hat er, ne, hat nicht direkt auch nicht geschossen. Er hatte genau so wie, Ideas und Sinner sind es. Auf mein Lichter geschossen. Was ist das? Hier ist Mackey. Ich glaube, Krabs ist Traitor, der rennt hier draus und ist so verdecklich. Anne ist Traitor mit nach hinten. Ich hab Krabs entdeckt. Ich könnte ihn töten, wenn ich will. Kannst du nicht, weil ich dich im Blick habe. Ja und? Würdest du nicht tun. Ja, der Dardos rennt hier auch noch rum. Der ist auch so verdäckig. Trotzdem könnte ich ihn ja töten. Ne, das sind Sinner, Sinner und Gran. Anne ist ein Traitor-Menü. Lass mich jetzt hier raus, Dalu sperrt mich ein im Raum Leute, wenn ich teuer bin, ist das Anne Oh lass mich jetzt raus Dalu Nein, du bist Traitor Lass mich jetzt raus Traitor, du hast... Anne ist Traitor Ich hab sie gekillt Ich hab einen Traitor gekillt Ja, hab ich auch Ich hab einen Traitor gekillt Mac ist noch hier bei mir Und Grants Mac und Grants sind bei mir Mit einem Degler hat's auf mich geschossen Sachsen, du hast es gesehen hier Das ist ein Traitor Das ist cool, kannst du mich heilen? Du machst die Leiche weg Was ist hier los? Vita, kannst du mich heilen? Hier ist ein Traitor im Raum Der ist tot Ich hab ihn gekillt Äh, wie, wie, wie Komme ich denn wieder Punkte zurück? Äh, warte Ach da Okay Ja, oder Heal Station, ist egal Machst du Sachsen, oder soll ich? Traitor, ich mach schon Wenn ich Sinn kriege, wenn ich Käppich Wir sollten uns aber beeilen, nicht dass hier Warte, warte, warte Stimmt, pass mal Ich hab's, ich hab's Beeilt euch Wo seid ihr? Du bleibst auf der Ecke Ich bleibst von hier Ich hoffe, dass das klar geht Kommt, hauen ab Warte, wenn du mich tötest, ne Dann wende ich alle meine Together-Projekte Warum bist du so verletzt? Also, Mech läuft hier auf jeden Fall sehr rum Und Xenex Dito 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 warst du gerade noch bei mir? Er ist hinter mir, ihr habt es ganz genau gehört Oh oh Warst du das? Max, du bist aber auch leise Du hast mich geschossen? Nein, ich habe an dir vorbeigeschossen, ich wollte sehen, was du machst Wir schocken noch mit dir Schocken noch mit dir Schocken noch mit dir in Ruhe Es geht nicht zu, es geht nicht zu Der will mich ungain hier Ich habe Crabs im Knast eingesperrt Ihr könnt alle runterkommen, der erste Traitor ist jetzt sicher verwahrt Ich habe einen Traitor, okay Du hast ein Ding gefunden Ganz einfach, ich hatte ein Radar und es gab nur Zwei Punkte hinten am Bug Und einer war auf einmal weg Da steht er hier vor Trade Alive Ich bin hier ganz alleine die ganze Zeit Okay, der Pool ist scheinbar unter Strom Ach, ich habe eine Bombe Ich habe eine Bombe Ich habe sie in der Hand und sie ist noch scharf Ich bin in meiner anderen Zelle Leute hier Ich habe mein Alu frei Ja Sachsen als Player Ja Ich muss die Bombe über Bord werfen Ich habe eine Bombe Gleich fliegt das ganze Schiff in die Luft Buschen Nein, die Bombe ist scharf, sie ist in der Kantine Jawohl Schießt du mich jetzt? Los Hast du sie wirklich scharf? Ich habe sie scharf gemacht, die Bombe ist scharf Hier, ich habe die Seife hingeschmissen Anne bei mir, Anne bei mir In 40 Sekunden geht der Bug Können die Detectives dann eigentlich die Bombe auf dem Radar ziehen? Nein Ich sehe sie nicht, aber die Bombe ist scharf Anne verfolgt mich Sieht irgendjemand die Bombe von euch, Leute? Anne verfolgt mich Leute, sieht einer von euch die Bombe? Weiß einer, wo die Bombe ist? Wo hat denn Dalu die Bombe gelegt, Leute? Sieht die keiner? Die Bombe ist vorne, oder? Die Bombe ist vorne, oder? Du kannst dir eins von den beiden aussuchen Oh Gott, oh Gott Alter, wo ist die Bombe, Leute? Ja, rot ist genau deine Farbe Die Kugel bewegt sich nicht gegenwärtig festgeklebt Aber was war gerade explodiert? Da hinten wurde geschossen Ja, ja, das war ich Ich wollte mir die Frau hier angucken Und dafür musst du schießen? Ja, die Scheibe war davor Oh ja Was ist hier? Ich bin hier wieder im Gesangsraum Nee, hier, hier kannst du nicht umziehen Oh cool Ja, das ist zwölf sicher Rumpel, was ich umziehen möchte Ah nee, hoch mal Donuts Alter Donuts Wo? Nice Ich will auch nen Donut Die kann man nicht mitnehmen Oh Manno Dann nehme ich den Vendilator Oh Manno Der ist schockt Die Dachse suchen Und sag sofort den du siehst Was ist denn hier los überhaupt? Ich weiß nicht Irgendwann hat er geschafft Halt Zweiten hier, wo ist ein nice Roleplay Hab einen Zweiten Trailer gefunden Wer lebt jetzt noch? Nur noch ein Trailer Du bist doch bestimmt trotzdem, oder? Dadosch Dadosch, Krabs oder Sinner? Ja dann ist es Sinner Dann ist es Sinner Auf jeden Fall Dadosch nicht, weil wir professionelles Roleplay Hier ist Danger übrigens, ne? Wir sind nochmal im Fang übrigens Hier Hm? Danger Da Dunger Dunger Ach ja, Entschuldigung Dunger Ich leck mal dran Immer dran lecken, wenn er dahinter steht Immer dran lecken, wenn er dahinter steht Kommen wir hier rauf Zurück meine Zelle bitte Ja ok, komm Herr Wachtmeister Kommen sie, folgen sie mir Ne, gehen sie vor Ja Hier über die Dusche Wollen wir ihm helfen? Ja, können wir mal machen Ok, komm mal raus Oh, da ist er Er ist gleich down Nein Er ist down Er ist down War es jetzt Krenz oder Sinner? Ok, Krenz lebt auch wieder Leute Ok Ok Hast du ein Radar? Soll ich den ins Gefängnis sperren? Haha Ja, mach Warte Lass ihn ins Gefängnis bringen Er war ein böser Junge Ein böser Junge Du kriegst heute kein Mittagessen Haha Aber schmeiß ihn erstmal in die Dusche Er ist dreckig Er ist erstmal du Schubert Schweine Oh Warte, warte Hier ist die Seite Ok Was denn das? Oh Oh Ok, jetzt komm Oh, tu mir leid Keine, nicht in deine Zelle Oh Gott, oh Gott Hier in die Die linke Ok Aber den kannst du nicht zumachen Leg dich doch auf den Pet, Junge Da hast du ne Waffe zum Spielen Tourenübungen macht der auch Weiter Sehr schön Ok, dann gehen wir mal los Die Tür muss noch zu Ach, da ist gar keine Tür Warte mal Ja, deswegen hab ich doch gesagt Das ist total Das ist total Dann komm hier in die Leg dich Hast du denn jetzt Da ist auch keine Tür, du Hell Du musst schon die passende Tür in den Ofen machen Ja, hab ich doch hier Hier, die hier Ah ne, ich leg ihn jetzt in meine Zelle Du gehst in die letzte Tür von vieren, weißt du das? Die Zelle war cool, leg dich da in die Ecke Hey Ok, das Hey, hey Komm raus, komm Ich komm raus Hab mich verlaufen Ey, da ist ein Schuss Na du Wo kann der, muss herkommen? Wir wussten nur, dass man den Gefangenen verarzt nie So Da ist er Ich seh ihn Haha Ist ja lustig Komm her Der ist hier langgegangen Hey, wie hat die so viel in Ordnung gemacht? Ah, ich wollte den Shotgun nehmen Chris und Dardosch, was zum Hacker war das? Chris So, das war die letzte Runde auf dem Spiel Professionelles Roleplay betrieben Bis rein Tschüss Tschüss Tschüss